Hallo der Erde und schönes Widersatz zu Satisfactory. Wir machen weiter und wir haben gerade dabei, dass wir ein Konstruktor, 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 irgendeine Herstellungsmaschine für die ersten Stufen, sprich für Eisenplatten, Eisenstangen. Dafür braucht man mehr Eisenplatten und Schrauben. Also lassen wir uns mal ein paar Eisenplatten machen. Und dann können wir nämlich Eisenplatten oder so automatisiert herstellen. Das ist dann schon mal ein großer Vorsprung. Wir brauchen zwölf Schrauben. Ich weiß nicht, ich brauche gar nicht. Oder zwei oder zwei. Gut, zwei Platten. Aber ich glaube, dass wir nicht genug Kopf haben. 8, 16, gerade mit 16. Oh, genau, zwei können wir machen. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Passt aber gleichzeitig. Das wäre wahrscheinlich Stromtechnisch da nicht hinzukommen. So, wie man sieht, kann man jetzt alles mögliche herstellen lassen. Die Frage ist wahrscheinlich, waren Eisplatten oder relativ intelligent. Oh, da brauchen wir drei dafür. Wie schaut es da mit ein paar Brandstoffe aus? Ist fast klar. Ich finde es mega, dass da immer relevante Sachen uns zeigt. Wo wir da rein können. Jetzt holen wir uns mal unser Kupfer, das im Bohrer drin sein muss. Und später werden wir halt dann einfach das Kupfer direkt oben brennen. Darf ich jetzt mal sagen. Oder werden wir das Kupfererz runterfahren. Ich habe mir schon mal kurz überlegt, ob man vielleicht einen Puffer für das Ganze macht. Sprich, dass man dann herum irgendwie sagt, ja, ich tue jetzt da einen Container her oder so. Aber ich glaube, dass sich das gar nicht so rendiert. Ah stimmt, da ist ja auch Kalk, ne? Aber das ist weiter weg aus wie das andere. Demher macht jetzt nicht so viel Unterschied. Oh, ich sehe jetzt auch gerade, dass da ein Energie-Ding ist. Mitten vor uns. Das ist aber, glaube ich, neu, dass die da vor uns oder draußen ist. Um. Lauter Elektron. Und das ist eine neue Entwicklung. Okay. Wenn wir dann schon mal sehen. Oh, ja, ich sehe jetzt einen kleinen identicalen Lebens responsible für das. Also das ist ein similarity. Das ist bestimmt nicht an die Wissen. sofort brauche. Was wollte ich jetzt? Wir haben da vorne einen Lappen gemacht. Fettis, Eisenerz. Das ist da drin. Das brauchen wir. Dann können wir da mal ausladen. Dann können wir das auswählen. Dann können wir das auch mal freischalten. Was kriegt man da überhaupt? Ah, Förderbänder. Genau, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Deswegen auch den Kopf vor uns holen. Dies holen wir, dies holen wir. So. Zoom, zoom, zoom. Wann? Wie viel haben wir es? 13k? Wir müssen es mindestens herstellen. Dann einfach mal mehr machen. Brauchen wir es dann sowieso bald für jedes Ding. Ich stehe jetzt mal ja noch nicht bei Plotten hier. Dann können wir da noch recht viel Schnee auch nicht an das Ganze. Das ist ein bisschen. Wie sieht das aus? Nee. Dann machen wir die Borde auf. Ja. 64. Dann können wir das selber noch herstellen. Dann haben wir die Borde. 72, 74, 75. Und Upgrade 4 ist fertig. Und wir kommen jetzt auf Förderbänderzugreifer. Das ist natürlich jetzt sehr gut. Genau. Förderbänder und MK1. Fördermast. Dies ermöglicht uns vor der anderen Seite. Und das mal. Ah, warte mal. Miner. So, jetzt haben wir das, was wir brauchen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Nummer ja irgendwie... Was wir bauen jetzt mal ein bisschen... Koic da ab. Uff. Ja, stimmt. Die ganzen Hunde reinzuhören. Du rast ewig bis zu selbst ausgeschält. Ach, vielleicht kann man das dumme über den Ohrenbohrer auferstehen, oder? So lang wir das irgendwie... Irgendwie... Ingrün. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann sehen wir's schon. Ah, ich weiß. Schauen wir mal. 60. Hm. Dann brachte mal 3. Ja, dann machen wir einen Bohrer auf hier. Nehmen wir uns den Bohrer. Weil der weiß einfach schon wieder 100 Dinge hat. Das ist so fein, ne? Cool, kein Strom. Natürlich mega. Brauchen wir einfach Biomasse, oder so. Äh... Erst bei Dorian auferstehen. Das wird ein bisschen quick zusammengekommen. Dann... Schauen wir mal, dass das da... ...richtig funktioniert. Haben wir da irgendwas freigeschalten? Nö. Okay. Nö, nö, nö. So. Stangen. 75 Stangen brauchen wir. Auch wenn wir heute wieder nach oben welche. Wunderbar ist das. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Wenn wir die 13 Ärzte rechts weiterhauen und dann haben wir uns einen Stang rein, das würde schneller gehen. Ich finde es witzig, dass du so einen ganzen Stapi Eisen verbrauchst, um 5 Stangen zu machen. Aber es wird schon so passen, seit ich mal so. So, jetzt haben wir jetzt schon mal einen. Dann haben wir es noch mehr. Wir machen uns jetzt mal den Kalk raus. Das ist so Jahr 3, oder? Zehn Jahre. Zehn Jahre. So. Füllen wir das noch auf. Gut, jetzt sollten wir einfach den Kopf verbrauchen. Ja. Gott sei Dank haben wir das vorher mal runtergenommen. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen, weil wir alles noch nicht automatisiert machen. Aber ich möchte jetzt erst, wo wir da haben, sobald wir mit den Feldern da haben, den wir erst mal ein bisschen automatisiert machen. Also Automatisierungsstrom. Und dann noch und noch alles andere. 50, 50, 50, 50. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Machen wir ein paar mehr. Genau. Ich finde es schön, dass Karben wenigstens mit Ohren Hommerschlag machen kannst. Dann bist du wenigstens gleich fertig. 4, 5. Genau. Und Stufe 5 ist auch fertig. Und hier können wir einen Förderladen bauen. Perfekt. So. Hier ist der Container. Hier ist der Miner. Hab 6. Hab 6 Biomasse. Oh. Da ist er der Welt verblüft. Cool. Und dann werden wir das mal wieder rein. So. Was brauchen wir, um diesen Miner zu bauen? One kleinen Bohrer. Und 10 Dings. Okay. Das soll ja auch möglich sein. Da spüren kein Strom mehr oder was. Ah da. Da sind einfach 100 Dinger drin. Pick up Miner. Das werden uns einfach die Zementen, ne. Gib uns mehr Kalk. Falk. 50. Gut. Das reicht für einen. Für einen jetzt mal. Für einen reicht das. Und dann. Ja dieses. So viel Erzungsprobleme mehr. Was braucht man für einen Container. Das braucht man für einen Container. Das sind Stangen. 2. 2. 3. 3. 1. 2. Das ist alles. 1. 1. 2. 2. 3. 3. ich finde es immer noch lustig dass du einfach unendlich da dran kannst es ist schon ein bisschen über trim aber es ist schon praktisch das brauchen wir für den es fehlt in m m 3 und 4 Oh, ich kann doch auch nicht So doof So Let's erst with these So 2 2 2 3 4 5 5 5 5 7 8 8 10 11 11 11 12 So, wo kommt dieser eine? Das brauchen wir für dich. Gut, dann haben wir das schon mal geregelt, solange Strom da ist. Dann brauchen wir noch einen Bohr. Ja, jetzt ist kein Strom mehr da. Warum sauge ich immer so viel? Ich brauche Strom. Das ist genau, aber das, was mir nur so ein bisschen fehlt. Man kann das ja also machen, dass ich trotzdem nur Biomasse verbrenne. Ich muss bloß eine Möglichkeit haben, dass ich mehr Biomasse generiere. Ich habe das bloß noch nie gesehen, dass es überhaupt gegangen ist. Wie soll das? Wenn ich irgendwie sage, ich kann irgendwie Gärten oder Zahn kultivieren. Das ist halt auch so was. Das ist, was ich nicht so ganz stäblich sonst das nicht mache. Da hat er irgendwie gesagt, wir können jetzt die Beeren, die Nüsse oder sonst was bauen. Weil prinzipiell muss ich ja irgendwie überleben, das Ganze. Ja, bei. Nein, wir haben jetzt sogar Sorge. Komm gut drauf. Gut. Brauche ich jetzt aber nicht direkt. Lol, die haben das... Die haben die Animation anders gemacht, dass die nicht so viel Energie frissen. Oder es ist während der... Oder es ist während der... Oder es ist in der Experimental einfach... Reduziert. Ja, das wäre interessant. Jetzt will ich noch gar nichts sehen. Das ist da dann so... Dass das dann extra reduziert wird von der Animation. Dass das nicht so frisst. Aber cool zum wissen. Gut, dann brauchen wir noch... No... No Construct... Ah, ich habe keinen Kopf mehr, ne? Doch habe ich schon. Ach, woher habe ich jetzt... Irgendwie haben wir keinen mehr. Ah, die verstärken Plop-Reihe. Dies, Bräuhe. No, genau. So, dann erst mal das. Schrauben machen. Gib uns mal... Vier verstärkte Blocken. Na, wochen wir noch mehr Bock haben. Dass es jetzt so langweilig wird. Wochen wir noch mal das. Okay, okay. Gut. Gut, gut. Dann kommt es doch. Okay. du musst uns ich bin nicht auf ich habe hier noch ein 4 ich habe hier noch mal ein 4 da haben wir schon mal die umgeschlossen Das war's, dann bauen wir den da ab und dann nochmal den Kabi-Platz da wieder. Dann bauen wir den da ab und dann bauen wir den da nebenher. So, Stangeln, Blocken. Richtig. Stangeln, Blocken. Sprich. Das wird erstmal in die Richtung gehen. Okay. 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 Warum? Wer sitzt da? Okay. Ah, das geht wieder nicht, ich wundere. Oh, das geht wieder nicht, ich wundere. Ist jetzt wieder in die Geburt. Oh, das geht wieder. Oh, das geht wieder nicht. Oh, das ist wieder in die Geburt. Oh, kein Strom mehr. Nee, 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 nee. Okay. Okay. Da hat er leider, oder was soll ich tun, oder? Es ist ein bisschen... Das ich da ein bisschen besser bauen kann, oder? Jetzt einfach anders hinbauen sollen, ich bin immer zu doof manchmal, dass ich das gescheit mache. Aber gut. Nächste Folge, die werden wir dann da mal ein bisschen optimieren. Dass das ein bisschen anders steht. Drei Bohrer mehr haben da. Dass wir alle drei... Sahnen mehr oder weniger haben, was wir aus Eisen... Was können wir aus Eisen überhaupt so sich herstellen? Ja, genau. Dies gibt es ja auch noch. Oh, 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 oh. Ich kann mir ja auch noch das aus Stangen herstellen. Aber das ist nicht das direkte. Nein, ich möchte einfach alles hier oben sagen. So ist das. Gut, also. Bis zum nächsten Mal. Habe dir die...